Hallo, mein Name ist Matthias Elbracht. Ich bin selbstständiger Tischlermeister, Dozent und Fachbuchautor. In meinem Familienbetrieb, der seit über 60 Jahren hier in Köln besteht, kümmern wir uns um den hochwertigen Innenausbau. Dort ist die Digitalisierung schon recht weit, da ich seit über 15 Jahren mit Vectorworks InteriorCut hier zeichne. Seit 11 Jahren unterrichte ich in der Meisterschule zu Köln Vectorworks InteriorCut. Hier bereite ich die Meister auf ihre Prüfung vor. Meine Erfahrungen aus dem schulischen Bereich und aus dem betrieblichen Bereich habe ich in meinen beiden Schulungsbüchern festgehalten. Bei diesem Videokurs habe ich mich stark an die Inhalte meines Schulungsbuches Aller Anfang ist leicht mit Vectorworks InteriorCut gehalten. Im ersten der vier Videoteile fangen wir wirklich bei Null an. Wir werden uns um den Bildschirmaufbau kümmern, um die wichtigsten 2D-Werkzeuge und einfache Profile und dieses Tangram zeichnen. In Teil 2 lernst du die wichtigsten 3D-Werkzeuge kennen. Wir zeichnen Werkstücke, die sich auch als Sägeübungen eignen. Wir legen dynamische Schnitte an und weisen nach DIN Schraffuren und Bemaßungen zu. Hier erhältst du das Rüstzeug, um deine Gesellen- oder Meisterstückzeichnung nach DIN anzufertigen. In Teil 3 erhältst du einen tiefen Einblick in den Fertigungsrealismus, um effizient die CAD-Software Vectorworks InteriorCut für den betrieblichen Bereich einzusetzen. Du lernst den Korpusgenerator kennen und die Bauteile 3D. Wir werden Beschläge herunterladen und diese einsetzen. Du legst Raster an und wirst komplette Raumabwicklungen erstellen. Hier geht es nicht mehr um die DIN, sondern um schnell und effektiv deine Projekte zu zeichnen, Stücklisten anzulegen, CNC-Daten zu generieren und die Verschnittoptimierung zu erzeugen. In Teil 4 zeichnen wir diesen Beistelltisch mit Schublade. Das Besondere hier ist, dass wir den zweimal zeichnen werden. Und zwar einmal konventionell mit Volumenkörpern und mit Schnitten nach DIN und einmal mit dem Korpusgenerator. Jetzt ist das nicht direkt ein Möbel, was für einen Korpusgenerator prädestiniert ist, aber du wirst sehen, wie einfach das geht. Lass dich überraschen!